Maisfeld, Gitterstange, Wanderweg, Scheiße, ein Tor, ein Fußballplatz, und natürlich Jan und Maxi, so sieht es aus, wenn man normal schießt, und so sieht es aus, wenn Maxi mit dem Ball schießt. So sieht es aus, wenn man normal schießt. So sieht es aus, wenn man normal schießt, und so sieht es aus, wenn man normal schießt. So sieht es aus, wenn man normal schießt. So sieht es aus, wenn man normal schießt. Vielen Dank.